Hallo meine Freunde, kurz auf meine Freunde, boah, was ist denn kurz auf mein Video, meine Freunde? Niki Rani, es wurde ein Video von ihr geliebt, mein Freund, wie sie gelogen hat, meine Freund, jetzt ist es raus, Mann. Niki Rani, was soll die ganze Show, Mann? Es war doch noch am Ende alles umsonst, die Wahrheit kommt an die, kommt an die, ans Licht, verdammt nochmal. Warum hast du gelogen, für was ein bisschen Fame oder so? Warum bist du einfach so vergewaltigend vor, das macht man nicht. Der arme Sam, seine Karriere hast du vielleicht ein bisschen zerstört. Das ist nicht gut, Mann. Mein Gott, ey. Da haben wir das alles rausgekommen. Alles nur für Fame und Geldverwandt nochmal. Keine ehrlichen Leute heutzutage nochmal. Mein Gott, ey. Vor Gericht verloren und jetzt Video geliebt, wo du einfach alles gelogen hast und es zugibst. Und versuchst, das ihn zu erpressen, was soll das, Mann? Auf die ehrliche Weise kommst du voran, aber so nicht. Okay, meine Freunde, das war so ein Video von nun und boos.